fragt sich nur was ich wollte denn nicht mal mehr das weiß ich aber mir ist gerade noch was eingefallen was wir ja auch noch machen wollen London hat natürlich schon seine Achterfestung dürften eigentlich alle haben hier Achterfestung haben wir hier noch irgendwo eine Festung nein gut dann schauen wir in Frankreich Achterfestung auch eine schöne gute große Achterfestung es gibt bestimmt irgendwas wie ich das schneller sehen kann aber ich weiß es gerade nicht Wien ist noch eine Festung Unterkärnten das ist keine Festung das ist keine Festung gut okay schauen wir hier unten halten wir noch äh das ist äh das ist auch okay ähm wie gesagt ich weiß nicht mehr wonach ich dort schauen wollte es war bestimmt irgendwas ganz wichtiges ähm was mir gerade nicht mehr einfällt ich hole mir jetzt erstmal Stabilität ach ja das wollte ich genau ja ne das gab es aber nicht mir Prestige irgendwie erkaufen aber es dauert ja auch nicht lang dann soll es wieder im positiven Bereich sein die gewonnen so zerronten oder so ich hätte auch das andere nehmen können naja achso die Triester Armee habe ich ja auch noch wer braucht die denn also ich nicht ähm ja ne ja ne oh nein oh nein oh nein oh nein sagt mir nicht böses Neufundland okay ich dachte gerade die Osmanen werden nicht länger ein gültiger Rivale das wäre ja noch was gewesen ei 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 ach dann sich 0,2 ja von mir aus und ich weiß schon was ich als nächstes nehmen werde äh ein Inflation weniger äh hä na haben wir ne Inflation ja nehmen wir komm die 5 Legitimität haben wir auch gerade noch so äh Malva hat ja und pur den Krieg erklärt gut ok schön ganz toll und ich weiß nicht aber mir wird gerade kalt ja komm äitliche ja ist mir jetzt auch relativ oh Böhm hat sich ja was von Brandenburg geholt wie groß ist ein Brandenburg jetzt immer noch zu groß glücklich auch nicht mehr im Krieg auch noch zu groß ne ja 109 oh Gott ja ich werde dann erst mal noch ne Kleinigkeit bauen so dass wir vielleicht noch irgendwie sowas wie 20k haben oder so also so ach ja nicht schlecht ja 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 wir bauen immer noch mehr als genügend Schiffe und dann wird mich interessieren ähm wie viele Schiffe wir haben und alles ja also wie viele Großschiffe ja ja und dann gut 224 kann man jetzt lassen ich hab ehrlich gesagt oh ne Apel ist frei ich hab ehrlich gesagt keine Lust da irgendwie noch irgendwas großartiges zu machen also von wegen äh zu viele Schiffe bauen oder irgendwie sowas ich weiß nämlich nicht mehr was ich sagen wollte Sizilien aha okay Sizilien aha Moment mich interessiert auch grad noch äh was anderes und zwar äh wir kriegen ja davon nichts weiter haben wir hier noch irgendwas was also nicht das sondern äh was mehr Einheitenlimit für die Flotte gibt Rumpfstärke Einheitenlimit Marime Regimender was bringt das hier eigentlich nochmal gibt's ja auch immer was ah die Defensiven dazu ja Einheitenlimit und die expansionistischen dafür müsste ich aber zwei rausnehmen wo auch immer das jetzt nochmal war äh ich vergesse das andauernd hier ein Händlerhandelsteuerung ist eigentlich wichtig das eigentlich auch und das auch oh man ich glaub dann muss ich die beiden rausnehmen einfach nur für die Schiffe also nur für den Fall dass wir uns das nicht leisten können nur für den einen Fall was mich auch gerade noch interessiert ist äh 1750 ok hat Schmelzofen wie wir haben noch keinen Schmelzofen was ist das denn für ein Frevel hä hä ähm ähm Gebäude hier haben wir noch Gebäude ähm Moment nötig ist Kohle ja aber wir haben doch überall wo jetzt Kohle ist äh Moment überall wo jetzt Kohle ist oder habe ich das irgendwie total verrascht haben doch überall wo Kohle ist oder muss das in der Hauptstadt sein haben wir noch überall einen Schmelzofen äh äh oder muss das zufällig in der Hauptstadt sein London ok toll ich wäre jetzt nicht extra deswegen das noch woanders hin verlegen na wir warten wieder auf Stabilität komm eine unserer Generäle ist gestorben gestürbselt wie auch immer man das nennen will Gott, sind wir weit über unserem Flottenlimit. Natürlich war das eher... Na klar, wer denn auch sonst? Einer von hier oben doch ganz bestimmt nicht. Nein. Ist ja... Muss ja der hier unten gewesen sein. Da, 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 da. Die Garnivision. Nun gut, ähm. Zweimal bitte. Danke. So. Ha? Okay. Ja, gut. Ach ja, er ist ja auch noch da. Spio. Spio. Spionage-Netzwerk mein ich damit. Okay, Hamburg, du willst durch, weil du gegen Schweden kämpfst. Komm, geh. Kosten Schiffe. Das ist doch mal was Schönes. Unsere Flotten kosten uns übrigens schon mehr als unsere Armeen. Aber, na ja, liegt hauptsächlich am Truppenlimit. Oder Schiffslimit. Oder wie auch immer man es nennen will. Äh, ja, komm. Ah ja. Wir haben 374 Großschiffe. Auf 500 würde ich gern noch kommen. Ah ja, Konstantinowel. Hm, Revolutionszentrum. Ähm. Sag mal bitte nicht, dass... Moment. Heißt das das oder erst das... Äh. Äh. Also... Hm. Irgendwo... Ja, genau das da, meint ich. Also unbedingt revolutionär wollte ich jetzt nicht sein. Also das Absolutismus-Maximum ist ja auch hervorragend. Ähm. Ja. Ich weiß auch genau, woran es liegt. Keine Sorge. Ähm. Äh. Naja. Hm. Hm. Äh. Ja. Nee. Äh. Ja. Ich weiß grad nicht, was ich sagen soll. Oder sag. Äh. Sagen will. Machen will. Haben tun will. Partikularisten. Die feiern bestimmt grad ne Party. Ähm. Aber ne. Mir fällt einfach nicht mehr... Lustiges, normales, ordentliches... Ein. Sagen wir's mal so. Man könnte den nächsten Krieg natürlich auch dafür nutzen, hier einfach mal noch das Reich aufzulösen. Theoretisch. Dazu müssten wir halt nur Brandenburg, Mainz, Lüttisch und Münster noch in einen Krieg bekommen. Oder mehrere, oder mehrere, je nachdem. Die, äh, ja, und von allen die Hauptstadt belagern. Und dann könnte man das Reich auflösen. Oh, Mann. 100 Ducaten. Ja, gut. Von mir aus. 100 Ducaten, äh, verdienen wir hier grad im, äh, sehr schön, im, äh, Monat. Das ist jetzt ne Sprache und auch, das ist ne Menge. Militärzugang aus Bachmannis. Ja, komm, geh durch. Ach, die bengalischen Ötlichen. Schon wieder. Eieieiei. Hach. Na. Eigentlich müsste man sich wirklich auf den Krieg gegen die Osmanen schon mal wieder vorbereiten. Prestige bitte. Danke. Die bauen schon wieder ihre Armee auf. Oh. Nur gut, dass der Armee nicht ganz so stark ist wie unsere. Aber ich würde gern noch ne formidable Flotte bauen vorher. Ist halt nur die Frage, können wir uns das leisten? Für den Moment, oder nicht so, oder was weiß ich denn? Also die vier Schiffe können wir uns auf jeden Fall noch leisten, aber, nun ja. Ich wüsste gerade auch nicht, was wir noch hier bauen sollten, könnten, dürften. Außer vielleicht ein was, ähm, was ich aber gerade nicht machen kann, weil hier noch ein Dreidecker gebaut wird. Wir holen uns wieder die Stabilität, wie gesagt, und beginnen noch eine neue Debatte. Zölle, 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 Händler, Kosten, Berater, Handelseffizienz, Handelseinfluss. Wie viel kosten mich denn gerade die Berater? Die kosten mich gerade knapp 100. Oder man geht dann halt einfach auf kleinere Berater. Also, naja, gut, könnte man halt auch machen. Wir holen uns das hier. Ja. Nein. Von mir aus. Äh, diplomatische ist nicht gerade so das, was ich will. Und, äh, ja. Nee. Nein, nicht noch mehr. Lokale, äh, Nutzung, ja. Unser Quartiermeister stirbt. Nicht so geil. Äh, Korruption ignorieren. Nochmal von mir aus. Nein, ja. Jetzt muss ich noch ein was nehmen, was mir nicht so gefällt. Dann, äh, halt das. Äh, gut. Ähm, dann müsste man wirklich noch, ja, nur kleinere, noch, na, danke. Ja, kleinere Berater einstellen. Äh, pah, ja. Ach, diese 13 Kolonien gehen mir auch auf den Keks mit ihrem, äh, mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem ganzen. Äh, ich kann die Zoll übrigens nicht weiter reduzieren, weil sie bereits am Minimum sind. Äh, das sind die etwa wieder drüber, über dem, äh, ja. Und die haben so viel Entwicklung. Ja, gut. Gehen wir halt wieder ins Minus. Ach, das schon wieder. Was haben wir denn hier so? Machen wir den. Dann gehen wir jetzt auch mit dem einfach weiter. Das spart uns nämlich auch schon mal wieder einen Haufen Kohle. Wir sind schon nur noch bei 71 plus. Wenn wir hier so weit über, äh, flotten Limits sind. Ey, sag doch mal. Stell ich euch ein, ein und schon habt ihr irgendwas mit. Also jetzt mal ganz ehrlich. Kann's ja wohl nicht sein. Wenn das so weiter geht, machen wir übrigens gleich Minus. Oder so. Vielleicht auch nicht. Ja, geht durch, komm. Äh, Amsterdam. Ach, Gott ist das. Will man eigentlich nie, aber es muss halt jetzt gerade sein. Weil wenn Amsterdam jetzt drei was verliert, in jeder Kategorie eins. Sag mal, wir hatten da den Kolonisten schon wieder rausgenommen. Und ja, ich weiß, dass wegen Vor- und wegen der Belagerung und ja, damit wir nicht ganz so weit über dem Truppenlimit, äh, sind, über dem Einheitenlimit für die Flotte. Machen wir das so. Ist mir jetzt auch gerade relativ Kosten-Deep-Tech ist in Ordnung. Damit wir hier schön dabei bleiben. Kalundwe ist da okay. Äh, wer soll einfl- äh, ist eigentlich egal. Ist egal. Und schon sind wir am Limit. Langweilig, langweilig, der ist auch nicht gut. Hm, der ist halt auch nicht gut. Der, da haben wir ja alle schon drin. Fünf, ne, ne. Gut, okay. So. Und die Manufakturen sollten uns eigentlich auch so ein bisschen helfen. Wenn wir sie dann mal irgendwann gebaut haben. Die Liste ist, ja, so ein bisschen länger. Und ja, wir werden dann im nächsten Part, äh, die Osmanen töten. Sozusagen. Und, äh, ja, die Osmanen bekämpfen, bekriegen. Und uns die Provinzen, die wir noch brauchen, holen. Und dann werden wir hier im Reichenau besser was machen. Sozielen und die Erbe, schön. Na ja, ich könnte ja auch noch ein paar neue Staaten gründen, Ja, das hört sich eigentlich alles nach hier unten an, aber, äh, ja, nee. Nee. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt noch im, äh, oder als Abschluss machen, so. Das war's, was ich sagen wollte. Inseln des, nein. Äh, wo eigentlich nur, wo wir überall was haben, bis festlandet. Nee, eigentlich sogar nur bisher erkannt. Äh, ja. Sulawesi-Uterra muss doch hier auch mit dabei sein. Genau. Waren wir zum Start. Wir haben ja eh genügend davon. Ähm, ja, Kant wollten wir auch noch machen. Darum kommen wir uns gleich, ähm, Süddingenster, Westburg und, und, Smahlnadi. Genau das. Ähm, Westburg und, und, Süd, äh, Taleng, irgendwas. Und ja, ich könnte es mir auch einfacher machen, aber das wäre ja zu einfach. Denn hier haben wir es schon. So, äh, und, Westburg und, ne? War doch Westburg und, genau, Westburg und. Äh, hier. Wow, ich hab's gefunden. Äh, schön. So. Ich hab's, Provinzen sind? Wie viele brauchen wir denn noch? Drei. Paris ist... Gut, da würde ich jetzt noch mal nach Provinzentwicklung schauen. London, Brücke, Paris, oder Paris, Brücke, Wien, Amsterdam, Wien ist natürlich schon. Nein. Ja, und pur Auvernie wird mir gerade ein bisschen zu dämlich. Sagen wir es mal so. Wenn ich irgendwas finde, was noch keinen Sitz hat und ja gut. Ja, der Absolutismus ist mir ja eh relativ. Bordeaux ist schon labor. Non good dog. So weit kann ich nicht. Oder Lyon, Lyonnais. Und was bringt das nochmal? Steuereinnahmen, Rekrutenreserve, Seeleute. Ja. Und ja, ihr merkt schon, ich mache das auch jetzt gerade nicht mehr so ganz so, wie man es machen sollte. Also so ganz genau mache ich das jetzt nicht. Hier oben schon die ganze Küste. Ja. Nehmen wir noch Nord. So. Danke. Ja, und ich würde mal meinen, dass es das jetzt auch erst mal war. Wir brauchen noch 115 Schiffe, Großschiffe. Bauen aber noch 2. Also 113 bräuchten wir noch. Wir machen noch gutes Geld. Wir bräuchten noch 113. Also 113. Also. Also. So dass wir mit minus 2. Also. Oh. Ich sehe es gerade. Unser Geld. so und genau so machen wir das gut dann lassen wir mal vielleicht doch mal ein klein wenig weiterlaufen so und speichern jetzt mal und bevor speicher beende ich jetzt mal die aufnahme und sage tschüss